Ja, heute erfülle ich mir einen langen Wunsch, endlich mal paddeln im Seenland im Winter und deswegen bin ich an meinen Lieblingsspot gefahren, an die Mildenitz bei Neuvoserien und werde jetzt hier gleich mal einsetzen und dann hoffe ich mal, dass die Sonne noch rauskommt und dann schauen wir mal, wie es sich bei minus zwei Grad paddelt. Sieht jedenfalls jetzt schon schön aus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020